Hallo, wie schnell man sich einfach von A nach B porten kann. Ah, WTF, ich würde ein Inventar leer machen. Ich werde euch zum Mond ballern. Hör auf. Nein, wirst du nicht. Warum nicht? Yellow. Ist toll. What the fuck, was ist das für ein großer Baum da hinten? Habt ihr den schon mal gesehen? Ach. Wo? Monster. In dem einen Wald, wo wir vorher waren. Monster Flash. Ich weiß nicht wo du bist. Was für Monster sind das? Monster Pack. Monster Pack? Da sind sie ja auch drin. Nein. Das sind die Riesenbäume. Du bist schon tot, will ich. Vollidiot. Vollidiot. Ich werde euch alle zum Mond schießen. Schießen. Ich bin die Neid. Die Leidiot. Ich bin blind. Ich wollte den dafür, ähm, Black, Purple und Grey. Red Small. Zendus mag aber Blackie Das ist ja so komisch Fuck, ich brauch ja Stone noch Was, du willst auch noch fucken mit ihm? Na, Zendus, ich bitte dich Oh, da wird schon Zendus ganz rattig Der hat schon den Schwanz im Mund, deswegen kann ich nicht reden Ich glaube, ich muss meine Portalgramm bei mir behalten, sonst fliegst du auch noch zum Mund, wirklich Hm? Nix, alles gut Hallo, lieber Baum, du möchtest bestimmt nicht, dass ich getötet werde WTF kann nicht reden Okay Was hast du mit ihm gemacht? You moved Wohin? Na, willkommen, Channel Nein, das hast du nicht Na, ich will Hi, WTF Hi Kannst du doch mal Kannst du den lieben WTF doch nicht wegschubsen? Klar Nein, er ist doch so ein lieber Junge Er hat doch dir nichts getan Er hat vielleicht mal was gesagt, ja, okay Und hier ist alles dunkel Hier ist alles dunkel und alles voller Creeper, fickt euch doch ganz eklig Ähm Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, auch nö Orange, light blue Ich will nicht sterben, auch ein Skelett, ich will nicht sterben, Aua Keine Orange Keine Orange Ich will nicht schwarz noch mehr, komm nicht Hast du grad schwarz gesagt Klar Und? Wirklich Wirklich Ich will schnell die Säfte trinken Hui, ich hab ein Hang glider Hui Ist nicht Saft? Ja. Nice one. Warum? Der eine hat nen Hang-Glider. Ich hab der eine hat nen Portal-Gun. Der andere hat nix. Problem gelöst. 200 Zombies. Soweit wieder zurücklauf? Egal. Kannst du irgendwo ein bisschen durch die Gegend um meinem Hang-Glider sitzen? Such noch ein paar Bären. Äh, Creeper, geh weg. War ich nicht. Schön, da wo ich bin ist alles voller Monster. Wow! Verdammte Scheiße. Voller Monster. Da wird die FW grad durch eine Gegend rumfliegt. Yo, Set-Time, sicher. Da. Wieder. Was geht ab? Deine Mode ab. Ja, stopp dir da gerne. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss eigentlich. Nach Hause. Hm. Wenn ich wüsste, wo das Zuhause ist. Bei uns. Da, wo die ganze Interesse von uns sind. Da, wo die ganze Interesse von uns sind. Die hab ich alle removed. Ich will hoffen, dass ich in die richtige Richtung laufe. Warte kurz. Äh. J, ähm. 207. Pff. Minus. 14. Nee. Also X, 207. Ja. Und, äh, Z. Du hästige Witch. Verpiss dich. 14, alter Boy. Uh, da waren doch. Nee, gar nicht wahr. Nicht 14, mich behindert. Ja, bist du. Scheiß Witch. Boah ey. Was hab ich denn grade gemacht, ey. Ich bin ja hier. Bevor die falschen Koordinaten vorwesen. Das war meine. Ist ja auch dumm. Äh. Warte. Minus 177, 255. Oh, und ich bin total vorbeigeschossen. Warum hab du Scheiß Witch. Ich nehme jetzt meinen Glider und schürze mich hier oben runter. Ja. Oh, das hat funktioniert. Registronengesicht. Also, wo muss ich hin? Warte. Warte, war das für mir auch noch Wisser raufgeschmissen. Minus 177, 250. Was? Das ist nicht ernsthaft, oder? Doch. Nicht. Warum ist das weit weg? Ja. Ja. Leider mitten in der Luft rausgemacht. Ich bin total die andere Richtung gelaufen. Kann ich hier nicht so n... Hast du hier keinen Home-Point gesetzt? Nee. Flesh? Nee, nee, hab ich nicht. Flesh. Okay. Minus 200... Mir reicht auch minus 208, 255. Okay. Ich muss jetzt erstmal wieder in die Richtung. Und dann da hin. In die Richtung muss ich jetzt. Toll. Portal Gun Action! Ja. Boah, damit können wir uns auch ein paar Spawner holen. Toll. Mhm. Mhm. Boah, da war das G. Ja. Komm, wir mitschaffen. Komm, wir reisen jetzt. Da glaub ich R, oder? Was? Was der grad meint. Naja, der R ist zurücksetzen. Naja, mein ich ja. Achso, wir werden mitnehmen, meinst du. Sind total die Falschrichtung gelacht, ich idiotisch. Ich hab noch viermal Saft, das reicht, glaub ich. Ja. Jäkert. Ja. 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 Ja, alles, was die letzte Woche hier ist. Ach man, schauen wir mal auf die Karte. Ich bin auf jeden Fall der Sache näher. Ich komme bestimmt aus irgendeiner anderen Himmelsrichtung, aber das ist egal. Ich bin auf jeden Fall der Sache.